Ich wollte schon immer ein einfaches Backrezept haben, das meine beiden liebsten Sommerfrüchte vereint. Aprikosen und Erdbeeren. Also habe ich es einfach ausprobiert und heraus kam diese schnelle Torte. Der Teig aus nur vier Zutaten wird ohne Mehl super saftig und die luftige Creme gelingt aus Sahne und Quark. So backst du die Erdbeer-Aprikosentorte im Handumdreh nach. Fette als erstes die Springform mit etwas weicher Butter oder geschmacksneutralem Pflanzenöl ein. Dann putze, halbiere und entkerne die Aprikosen. Für den schnellen, mehlfreien Teig trenne jetzt zuerst die Eier und schlage die Eiweiße mit einer Prise Salz in deiner Mumpfünft mit Waagesteif. Lass dabei langsam die Hälfte des Puderzuckers einrieseln. Jetzt rühre den restlichen Puderzucker mit den Eigelben cremig und vermenge die Masse mit den gemahlenen Mandeln. Hebe nun vorsichtig den Eischnee unter. Schon ist der Teig fertig und kommt in die Springform. Verteile jetzt die Aprikosenhälften mit der Schnittfläche nach unten gleichmäßig auf dem Teig. Stell die Springform nun in deinen Bosch Sensorbackofen der Serie 8. Wähle über das Display zuerst den Backsensor, dann die Zubereitungsart Kuchen in Formen aus. Den Rest erledigt der Perfect Bake Backsensor Plus für dich. Bedeutet, dass du dich weder um das Einstellen von Heizart, Zeit oder Temperatur kümmern musst. Dein Backofen sagt dir, wenn dein Kuchen perfekt gebacken ist und schaltet sich automatisch ab. Auch die Städchenprobe kannst du dir sparen. Jetzt zur cremigen Füllung. In deiner Mumpfünft mit Waage dafür zunächst die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif schlagen. Dann vorsichtig den Quark unterheben. Nun die Erdbeeren putzen und vierteln. Du kannst sie aber auch in feine Streifen schneiden für eine etwas filigranere Optik. Den fertig gebackenen Kuchenboden setzt du jetzt auf eine Tortenplatte und verstreißt die Quark-Sahne-Creme mithilfe eines Esslöffels darauf. Ich persönlich lasse meine Torten außen herum gern frei von Creme für einen coolen Handmade-Look, doch da hast du freie Wahl. Verteile jetzt noch die Erdbeerstücke gleichmäßig von der Mitte ausgehend auf der Creme und türme sie dabei ein wenig nach oben. Fertig! Na, habe ich dir zu viel versprochen? Ist das nicht die beste und einfachste Art, eine Sommertorte zu backen? Schreib uns gern einen Kommentar zu deinem persönlichen Erdbeer-Aprikosen-Torten-Genuss-Moment. Wenn du unseren Kanal abonnierst, versorgen wir dich gern weiterhin mit den besten Rezepten für deine perfekten Backmomente. Aktiviere auch die Glocke und verpasse kein Simply Yummy Rezept mehr. Bis zum nächsten Mal.